Ja, haben wir denn unabhängige Medien hier in Deutschland? Wer hat denn in den letzten Wochen in der Tagesschau mal von den Flüchtlingen gehört? Die Flüchtlinge, die auf dem Weg sind nach Berlin, weil sie für ihre Situation kämpfen. Wer hat von den Flüchtlingen gesprochen, die im Hungerstreik sind? Davon haben wir nichts gehört. Und das nochmal von unseren GEZ-Gebühren. Da geht doch die GEZ drauf, unter anderem auch hier für die ARD. Das können wir uns hier nicht weiter gefallen lassen und deshalb bin ich auch unter anderem hier. Trotz, dass ich auf Krücken gehe. Also, kein Grund, warum man nicht auf eine Demonstration gehen kann.